Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin Fauser von der Karl-Götz GmbH. Ich möchte euch heute eines oder viele unserer innovativen Holzprodukte aus dem Thermobereich vorstellen. Was ist Thermoholz grundsätzlich? Wir haben hier ein modifiziertes Holz, das unter Luftabschluss bei hoher Temperatur auf bestimmte Eigenschaften modifiziert wird. Da haben wir erstens die Langlebigkeit. Wir können das Holz bis zu 25 Jahre der dauerhaften Bewitterung aussetzen, ohne dass es uns verfault. Wir haben die Formstabilität, wir reduzieren Quell- und Schwindverhalten des Holzes im Gegenzug zum nicht modifizierten Holz und wir haben eine natürliche Ästhetik, um einfach den bestimmten Braunton oder gewisse besondere Eigenschaften vorzuheben. Die Anwendungsbereiche von Thermoholz erstrecken sich über den Außenbereich, in der Terrasse, Gartenmöbel, Fassade, im Innenbereich eben ästhetische Geschichten oder auch im Saunabereich, wo die Formstabilität wirklich sehr wichtig ist, sowie einfach in der grundsätzlichen Architektur. Wir haben verschiedenste Produkte, im Holzbereich, im Fassadenbereich zum Beispiel, da haben wir die klassische Rhombusleiste. Die kennt man ursprünglich als sibirische Lerche oder auch in anderen Holzarten, Douglasie oder Fichte, eben dann auch als Thermokiefer möglich. Den Doppelrhombus eben als geschlossenes Profil für die Fassade. Hier ist eben auch diese Dimensionsstabilität sehr wichtig. Als Glattkantbrett für eine klassische Bodendeckelschalung in verschiedenen Breiten, aber auch im Terrassenbereich. Verschiedene Holzarten sind da möglich. Wir haben die Thermoesche oder die Thermokiefer, die eben durch ihre hohe Dauerhaftigkeit und ihre Langlebigkeit im Außenbereich durch dieses verminderte Quell- und Schwindverhalten, das heißt die Fugen bleiben offen, einfach ein sehr gutes Potenzial geben, dass ihr langlebig eine schöne Terrasse haben werdet. Ganz neu bei uns im Produktportfolio ist das Saunaportfolio im Endeffekt. Hier haben wir Banklatten oder Profilhölzer. Hier ist auch diese Dimensionsstabilität eben sehr wichtig. Warum? Naja, wir dürfen halt eben bei der Sauna mit hoher Luftfeuchte und eben hoher Temperatur müssen wir gewährleisten, dass die ganze Geschichte einfach zusammenbleibt. Wir haben jede Möglichkeit, jedes Profil, was ihr möchtet. Schaut einfach bei uns im Webshop vorbei oder auf der Homepage. Solltet ihr was nicht finden, ruft ihr bitte euren Außendienst an oder euren Innendienst oder kommt zu uns in die Ausstellung. Wir helfen euch immer gerne. Vielen Dank dafür und gute Zeit.